Wie sieht ein geeignetes Kampagnen-Setup aus, wenn du mehr als 500 Euro täglich ausgibst? Auch das ist eine Frage aus einem unserer Webinare und auch da ist keine pauschale Antwort möglich, daher greife ich das nochmal mit ein paar Gedanken in dieser Folge auf. Ich bin Christoph Mohr und wir bei Master of Search unterstützen Unternehmen dabei, ihre Werbung auf Google wirklich einmal messbar zu machen und dadurch auch profitabel zu machen. Wenn das für dich spannend klingt, dann gehst du einfach mal auf masterofsearch.de und schaust dich einfach mal um und vereinbarst im Idealfall ein Erstgespräch. Zurück zur Frage, wenn du ein hohes Budget hast, beziehungsweise da ist ja erstmal die Frage, sind 500 Euro jetzt wirklich ein hohes Budget? Für sehr viele Werbetreibende, ja. Also wir haben viele Werbetreibende, die geben so bis 50 Euro am Tag aus, manche geben auch mal 5 Euro aus oder 10 Euro. Wir haben aber auch schon viele Kunden betreut, die in Richtung einer Million gehen pro Monat. Wenn du uns schon länger kennst, dann wirst du vermutlich wissen, dass wir jetzt schon seit vielen Jahren mehr als 20 Millionen an Google Ads, Werbebudgets unserer Kunden verwalten dürfen. Ja, also mehr als 20 Millionen Euro sind im Prinzip das, was wir verwalten dürfen. Und natürlich sind da eben viele Kunden dabei, die auch ein sehr, sehr, sehr hohes Budget haben. Und ich würde jetzt einfach mal diese Frage so interpretieren, dass sie eben darauf abzielt, dass diese 500 Euro ein hohes Budget sind. Ja, und wie gesagt, da muss man jetzt ein bisschen relativieren, ist das wirklich hoch und bedarf das jetzt wirklich einer anderen Kampagnenstruktur, als wenn du am Tag 30 Euro ausgibst. Und da muss ich tatsächlich schon mal vorweggreifen und sagen, nein. Denn selbst bei den Konten, wo wir sechsstellige Budgets verwalten, selbst da ist es nicht zwingend notwendig, dass du eine extrem ausgeklügelte und eine extrem komplexe Kampagnenstruktur hast. Natürlich gehen wir bei keinem dieser Kunden mit einer Kampagne ran, die dann irgendwie ein Tagesbudget von 10.000 Euro hat, sondern das ergibt meistens das Geschäftsmodell, dass das entsprechend auch sehr breit aufgegliedert ist. Also wenn ich jetzt mal irgendetwas herausgreife, zum Beispiel das Thema E-Commerce, Online-Shop, was jetzt wie ein Amazon quasi jedes Produkt verkauft, dann hast du ja schon Massen an Kategorien. Und natürlich ergibt es wenig Sinn, ein Kampagnen-Setup zu haben, wo in einer Kampagne die Babyartikel beworben werden und auch die Geschirrspüler. Ja, sondern für all das brauchen wir unterschiedliche Keywords, wir brauchen unterschiedliche Anzeigentexte, wir brauchen unterschiedliche Verlinkungen zu den jeweiligen Kategorien oder Produkten. Mit einem sehr hohen Budget geht meistens auch eine sehr breite Produkt- oder Angebotsvielfalt einher. Und damit habe ich meistens auch eine, ja natürlich etwas größere Kampagnenstruktur. Mir fällt jetzt ein Kunde ein, bei dem haben wir sechs Konten mit insgesamt jeweils mehr als tausend Kampagnen. Das ist tatsächlich schon einer, der ist wirklich sehr komplex. Aber das sind dann auch so gewisse Sonderfälle. Da wird nochmal nach verschiedensten Themen unterkategorisiert, da wird nochmal pro Gerät kategorisiert und so weiter und so weiter. Und gleichzeitig auch international. Wenn du international unterwegs bist, auch das bedarf natürlich dann nochmal einer anderen Struktur als nur eine oder fünf Kampagnen. Bezogen auf diese 500 Euro Budget am Tag heißt das aber, du kannst durchaus mit einer Kampagne locker ein gutes Kampagnen-Setup haben und diese Kampagne gibt pro Tag 500 Euro aus. Du musst damit nicht noch weitere Kampagnen aufbauen. Ja, es gibt viele Kunden, die wir betreuen, die haben eine Kampagne und haben da auch einen vierstelligen Betrag pro Tag. Und das funktioniert sehr gut. Das Wichtige ist, dass du wirklich dieses Kampagnen-Konstrukt verstehst. Also, wie sollte ein Konto ideal aufgebaut sein? Und du hast ja in der obersten Ebene eine sogenannte Kampagne. Auf Kampagnen-Ebene hast du das Budget festgelegt, du hast die Geburtsstrategie festgelegt, du hast eben aber auch ein gewisses grobes Thema meistens festgelegt. Wenn du also eine Webseite hast, wo du extrem viele verschiedene Themen bewirbst, dann brauchst du meistens auch verschiedene Kampagnen. Wenn du verschiedene Budgets hast für die verschiedenen Kategorien, Produkte, Dienstleistungen oder auch verschiedene Zielstellungen. Ja, also es gibt auch viele Kunden, die haben eben für die verschiedenen Themenbereiche ihres Angebots, ihres Produktportfolios oder Dienstleistungsportfolios auch verschiedene Margen, verschiedene Ziele, verschiedene Werbebudgets. Da kommst du dann eben gar nicht umher, das auf Kampagnen-Ebene zu trennen. Denn du kannst bei Google Ads nur auf Kampagnen-Ebene die Geburtsstrategie festlegen und das Budget festlegen. Oder auch so etwas wie Standorte. Ja, also auch wenn du international unterwegs bist mit manchen, kannst du das theoretisch in einer Kampagne fahren, aber das wirst du jetzt selbst schon sehr gut nachvollziehen können. Es macht wenig Sinn, eine deutsche und eine italienische Kampagne gemeinsam fahren zu lassen, weil wie soll Google genau jetzt unterscheiden, welcher Text ist der italienische und welcher ist der deutsche Text. Ja, das geht Stand jetzt einfach noch nicht. Also müsstest du solche Szenarien definitiv auftrennen. Wenn du aber nur ein grobes Produkt- oder Dienstleistungsportfolio anbietest und das sind mit den gleichen Zielen versehen, also das Budget richtet sich beispielsweise nach den Ergebnissen, die Geburtsstrategie ist für alle die gleiche, dann ist auch eine Kampagne vollkommen ausreichend. Da drin hast du dann eine oder mehrere Anzeigengruppen und die Anzeigengruppen, kann ich dir auch nur die Tipps mitgeben, sollten immer so aufgebaut sein, dass diese Keywords in jeder Anzeigengruppe auch sinngemäß gut zueinander passen. Ja, also auch da, es ergibt keinen Sinn, ein Keyword rund um Babyartikel zu haben und in der gleichen Anzeigengruppe sind Keywords drin für die Geschirrspüler, weil du dann nämlich gar keinen, weite weitere Ebene, gar keinen sinnvollen Anzeigentext schreiben kannst. Ja, jemand, der nach dem Geschirrspüler sucht, der möchte natürlich einen anderen Anzeigentext sehen, als jemand, der nach Babyartikeln sucht. Ja, insofern bedingt oft dein Portfolio genau diese Struktur an Kampagnen und Anzeigengruppen. Also entweder Ziele, Budgets oder eben auch die Thematiken. Wenn du aber, und da komme ich jetzt wieder zurück, das kann ich aus der Frage alleine halt nicht herauslesen, wenn du jetzt wirklich nur deine, beispielsweise Agenturdienstleistung anbietest, ja, und die ist einfach sehr spezifisch, ich nehme jetzt einfach mal Meta-Ads raus oder eben eine Social-Media-Agentur, dann kann es durchaus sinnvoll sein, das wirklich in einer Kampagne zu haben. Da spricht grundsätzlich erstmal nichts dagegen. Und dann hast du vielleicht eine Anzeigengruppe, wo du Meta-Ads-Keywords, also Meta-Ads-Agentur-Keywords hast und einen Anzeigentext, der direkt zu dieser Meta-Ads-Agentur passt. Vielleicht hast du noch eine andere Anzeigengruppe, wo es um das Thema Instagram-Agentur geht oder TikTok-Agentur, ja. Also ich hoffe, dass dir diese Beispiele und auch diese Ideen einfach so ein bisschen mehr das Gefühl geben, zu überlegen, ist diese Kampagnenstruktur, die du jetzt hast, sinnvoll oder nicht. Und wenn du 1000 Euro da jeden Tag ausgeben kannst, ja, und du hast eine super Struktur, die Anzeigengruppen passen, die Klickraten, deine Anzeigentexte passen, die sind vielleicht bei 8 oder mehr Prozent, dann ist das schon ziemlich gut. Und die Leute sind einfach, wenn sie auf deine Anzeige klicken, auch auf einer Seite gelandet, mit denen sie etwas anfangen können. Ja, also wo sich ein roter Faden von dem Suchbegriff über deine Anzeige bis zu deiner Webseite auch entsprechend widerspiegelt. Du kannst das ganz einfach prüfen, indem du auf Keyword-Ebene bei deiner Google-Ads-Kampagne einfach mal Spalten einblendest, und zwar für den Qualitätsfaktor. Denn der Qualitätsfaktor ist quasi ein Spiegelbild, ob Google diesen roten Faden erkennt und ob auch die Nutzer diesen roten Faden erkennen. Wenn du dort Qualitätsfaktor-Werte hast von 1, 2, 3 oder 4, dann findet Google diesen roten Faden nicht. Und auch deine Nutzer finden diesen roten Faden nicht. Entweder hat deine Anzeige keine Relevanz zu deinen Keywords oder die Nutzer kommen auf deine Seite und springen schnell wieder zurück, weil die keine Relevanz für sie hat. Sie haben etwas anderes erwartet. Sie lädt vielleicht auch extrem langsam. Das sind nur so ein paar Beispiele für schlechte Qualitätsfaktoren. Google kann im Prinzip keinen roten Faden erkennen und eine grundlegende Optimierung dahinter. Hast du Werte von 7, 8, 9 oder sogar 10, und 10 ist der Optimalwert, dann erkennt Google diesen roten Faden. Dann gibt es auch für dich wirklich überhaupt keine Veranlassung, dass du da irgendetwas an dem Kampagnen-Setup ändern müsstest. Das sind einfach so sehr harte Signale seitens Google und eben auch der Nutzer, die da mit reinspielen. Und wenn du Werte hast von überwiegend 7 bis 10, dann kannst du ganz beruhigt sein. Dann kannst du auch mit dieser Kampagne, wenn es sinnvoll ist, auch das Budget noch weiter erhöhen. Aber du musst, nur weil du aus deiner Sicht höheres Budget hast, musst du nicht zwingend eine Kampagnenstruktur ändern. Du musst es nicht komplizierter machen, als es ist. Das ist, glaube ich, die gute Nachricht dabei, dass das nicht alleine aufgrund des Budgets notwendig ist. Im Laufe der Folge hast du sicherlich gemerkt, dass das natürlich wirklich sehr schwierig ist, pauschal diese Frage zu beantworten. Das habe ich im Webinar natürlich noch viel kürzer machen müssen. Natürlich braucht man bei so etwas immer auch noch mal Rückmeldungen. Also was bist du denn? Was bietest du an? Was ist deine Branche? Was sind deine Zielstellungen? Woher kommt deine Kampagne? War die schon immer bei 500 Euro Budget am Tag oder war das bis vor kurzem noch bei 10 Euro am Tag? Warum ist die jetzt so hoch im Budget? Wie sind die Qualitätsfaktoren? Das sind Dinge, die kann man wirklich nur ganz individuell prüfen. Wenn du möchtest, dass wir dein Konto mal individuell uns anschauen und dir auch helfen, das Ganze noch weiter zu optimieren, dann gehst du auf masteraufsearch.de und meldest dich mal bei uns. Wir freuen uns drauf. Bis zur nächsten Folge. Ciao.